Moit Freunde, was geht? Wir sind hier gerade beim Fußballgolf. Ja, wir haben hier so einen Bollerwagen bekommen, da konnten wir unsere Getränke und Snacks auch auffüllen. Ist auch richtig für Getränke gesorgt, ganz wichtig. Und es hat 20 Löcher und stimme mal auf, ich hoffe es gefällt euch, ihr habt gerne ein Like und ein Abo da und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, was als nächstes kommen kann. Ist das schlecht? Holger? Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall das schlecht sind. Was redest du? Ist das schlecht? Deswegen ist die Distanz so kurz. Ist das schlecht? Ach Mann! Stöße, Benals. Prosit! Lass dir einen! Das schmeckt schon wieder. Stark! Das ist der passgenaue Sechster. Ja, der ist fest. Lass nicht, lass nicht, lass nicht! Also, kurz dazwischen, stand beim zweiten, alle beim first try hier unten durch. Stark! Der von Timo. Der liegt halt perfekt, der von Timo. Meiner liegt so halb im Graben. Ja, und der von Tolga ist ein bisschen weiter gerutscht. Wo ist denn der von Tolga? Ich seh den gar nicht. Aber der von Tolga, oh, was seh ich denn da? Was seh ich denn da? Da Kraft! Oh, der kommt, der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Stark! Ja, komm auf meine Höhe, komm auf meine Höhe, der zählt. Komm! Genau, stell dich auf meine Höhe. Mach's weiter! Okay, der zählt. Der zählt. Ja, liegt schwer. Ja? Bleib, bleib, bleib! Gut geschnibbelt, oh! Ja! Ja! Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das schlecht? Da ist sogar no luck, Chad. Guck mal auf den. Oh, Junge, war ein bisschen knapp am Ende. Ah, vierten, sorry, vierten. Ach so schnell. Ach so schnell. Ach so schnell. Oh nein! Niemals! Ist das geisteskrank. Kurze Info. Man muss immer durch dieses erste Hindernis spielen. Also ist jetzt bei der zweiten Warn, aber ja. Muss man durch spielen. Jetzt fängt wieder an. Oh! Unlucky. Ja! Der kommt nicht zurück, Digga. Geil. Heiß, Paul! Auf, auf! Auf, auf! Oh, hey, hey, hey! Was dachte er, was ist das? Irgendwas, was ist das? So, Timo hat jetzt den zweiten gemacht. Er hat von da hier rüber geschossen. Das habe ich jetzt nicht mehr drauf, aber... Tolga mit dem zweiten. Boah, super! Von mir kommt ein kleiner Chipball. Hoch und weit bringt Sicherheit und Zeit. Ein Chipball? Ein Chipball, bisschen auf Distanz. Wollt der da hin? Nee, er sollt ein bisschen mehr nach links eigentlich. Timo mit dem dritten. Boah, macht Meter, macht Meter. Ah! Ja, aber geht noch. Wir haben jetzt gesehen, links ist ein Weg. Da kann man nicht so so und dann so rüber. Da geht's ran. Der ist super. Der ist super. Der ist super. Richtig, Zielwasser. Ja, der ist wirklich besser. Der kommt, weil der rollt noch. Tolga, seiner lag eigentlich am besten, aber... Ja, dafür muss man gerade schießen können. Nein! Nee! Nein, geht nicht! Nein, geht nicht! Der ist super. Ah, der ist doch! Ja, ja. Ja, ja, so leicht anchippen. Der kommt, der kommt! Der kommt! Und Nummer 7. Boah, aber super! Der war super! Nicht! Ja, auf Elegaten mit Sohle! So, was denn? Also Männer, wir müssen quasi hinter dem Baum... Da rein müssen wir. Und wir dürfen nicht über die Bäume spielen. Das heißt, wir müssen quasi so einen langen Ball außen spielen. Ich glaube, ein schöner Abschuss, ja? Die macht sich bezahlt jetzt. Doch, ja genau. So eigentlich zum gelben Ball müssen wir. Kennst du dich heute, rechts am Spielen weg? Ja, ja, geht links hoch. Das ist der erste Entscheidende. Boah, der... Das ist der Wind, ich schwöre! Ja, ja, ja. Oh, ja, du! Ohne Wind, der Wind ist auch nicht ganz so geil. Also Männer, hier sind wir zur Welle. Timo, ich, Volker. Volker, seiner liegt eigentlich am schlechtesten. Aber der Wind ist gerade stark. Wenn er den reinkriegt, zieht er den nach links und dann hier entspannt er den Wolken. Hier ist das Loch. Easy eigentlich. Ja, 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 ja. Bisschen zu fest sogar. Ist das hässlich. Na, oh mein... Ich dachte, du machst du zwei. Ich dachte, du machst du zwei. Ja, das machst du zwei. Ja, der ist super. Ja, der ist... Gut, Junge. Gut, so, drei. Ah, wo bleibt er? Boah, super. Bahn 5. Reifen und Holzfäder müssen durchs Spiel werden. Reifen im Vergleich zum Tor schon ekelhafter. Spieler, die Stürmer. Ei, 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 nein. Der muss zurück, leider. Und bis jetzt hat der Kreisticker-Kicker die Nase vorn. Oh! Das wär's ja. Ja, true. Timo, das ist es nicht. Er soll einfach so machen wie Tolker jetzt. Nein! Nee, Tolker, das ist es nicht. Gar kein Fall. Oh nein! Er geht... Seiner. Ja, da ist er! Oh! Der ist super! Nee, der... Der muss, der muss, der... Oh! Er springt fast noch mal raus. Tolker, da hinten. Oh! 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 Ich glaube, hier ist die Devise erstmal so nah wie möglich ran, oder? Ja, muss man da durch ja. Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, wir gehen durch jedes Hindernis, was es gibt. Ja, das wäre ja richtig schwach. Ja, hier musst du vorspielen, würde ich schon fast sagen. Nein, der rollt doch noch, der rollt doch noch. Ähnlich wie Timo. Nee, nee, links vorbei. Timo, bist du weiter? Der sitzt doch. Ach, Alter. Oh, wichtig. Immer länger und länger. Tolga ist dran, Schuss Nummer 4. Hat die beste Position, meine ist zu weit aus. Ich hätte gesagt, seitlich an die Bande spielen, dass er hoch an die Bande geht und dann rein. Warum gebe ich hier Tipps? Du kannst sie wenigstens auf die grüne Wiese wiederholen. Boah, enges Ding. Das kann nicht sein, er wäre da fast rüber geflogen. Noch nicht weit. Oh, oh. Ha, vorbei gespielt. Unlucky. Jetzt aber, da ist er. Nee, nee, nee. Timo holt auf. Timo ist neun da. Schwerstes Loch bis jetzt. Nein, das kann nicht. Oh, oh. Oh, egal. Nummer neun. Zählt das letzter, glaub ich, oder? Ja. Timo, macht der den? So, 80 Meter nächste. Nummer sieben. Torwart muss durchspielt werden. Das heißt, entweder man macht den safen. Dann geht so zack und dann zack. Oder so durch die Torwart direkt. Aber wenn er auf dem hohen Gras landet, muss man zurück. Ja, warte. Ja, warte. Tolga ist erster? Nein! Er ist zu weit, er ist zu weit. Geiles Ding. Schade. So. Wobei der bleibt auf hohem Gras. Zack, Tolga hinterher. Ja, okay, safe. Geil, geil, geil. Nein. Wichtig, wichtig. Falsche Bahn, amigo. Ich glaube, ich schieß nur noch mit der Kamera. Wichtig. Ist er drauf? Der ist stark. Der ist stark. Der Netz, der prallt ja nicht so weit weg. Oh, der ist super. Der ist super. Oh, der ist perfekt. Kein Problem. Vor allem in deiner Qualität. So, Timo mit Nummer 6. Da ist das Loch, wo die Fahne ist. Wo die Fahne ist. Geht genau wie Tolga. Genau wie Tolga. Boah, sehr, sehr feines Füßchen. Tolga mit 8. Auf Lock. Nein. Hey. Hey. Ich geh Folge den sichern. Unter den. Ach, ich hab's gleich gesehen. Unter die Kühe muss er durch. Wie viele Kuhs hat das Haar? Wie viele Kuhs hat das Haar? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Geiler Mann. Oh nein. Ne. Oh. Ist der böse. Ey, der ist super. Der muss ja gar nicht durch. Ne. Der muss nur jetzt mit Pike raus. Alter, das ist super. Alter, das ist super. Habe ich. Ja, hätt ich gesagt. Geht ja an sich. Stark. Oh. Allergie. Wenn du diese scheiß Füße brauchst, dann ist sie nicht da. Ja, ja. Immer so. Oh. Ne. Ist das frech. Starkes Ding, ey. Starkes Ding. Oh. Oh. Oh, der ist saftig. Oh. Ist mein noch weg, ne? Ja, okay, okay, okay. Sehe ich. Endlich falle ich in der Fokussion. Timo mit 3. Zack, Timo mit 3. Timo mit 3. Timo holt den Ball raus, sonst meckert Tolga wieder. Tolga mit 3. Ah. Fisch dich. Ich bin getäuscht. Klapp daneben ist aber halt auch vorbei. Klapp daneben ist aber halt auch vorbei. Tue ich auch wirklich. Ja, mach jetzt einfach. Drückenwind ist da. Ja, das ist aber... Dadurch ist ja eigentlich Quatsch, ne? Kann man auch... Dann würde ich das geiler finden, wenn man von hier versuchen kann... Der ist echt zu nah. Der geht echt zu nah. Wobei... Geht. Der ist nochmal wüsig zurückholten. Ich würde es geiler finden, wenn man von hier direkt irgendwie reinchippen könnte. Von den ersten. Zack. Oh nein. Oh nein. Ist das geil... Ja! Ist das geistkrank. Stramm. Ja, super. Zack. Super. 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 Und... Zweiten. Eieieiei. Eieiei. 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 Ja, von mir aus ja. Der kann mich auch in die Hose gehen. Ja, genau so. Ja, genau so. Ich sage, du triffst trotzdem nicht. Das war der wichtigste Ball von Dirok. Ja, wo es raus reinkommt. Reinkommt. Oh, super. Hast du gesehen? Hier noch der Switch dann. Timo mit der fünften so Bahn 11 Hindernis muss durchspielt werden, da wahrscheinlich Bande mit Augenstamm und dann da rein, wo die Jungs schon seit 20 Minuten dran sind, das wird ein Fest Aber man liegt ja gut, kann ja jetzt flach durchspielen Da gab ich ja den natürlichen Liverpool-Trikot, muss natürlich safe spielen Schade, war gar nicht so schlecht Nicht, dass er Geschwindigkeit verliert, unten ist eine Schlange Oh, der ist, ah, ein bisschen zu weit liegen, ah, wobei der, der dreht noch, der dreht noch Oh, ist das geisteskrank Einmal den hier einfach Oh, bis ich zu v Oh, nee Ander geht aufs ganze Nein Ja, dann haben wir doch den dritten Ja, 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 drei Drei, drei Oh, ist das bitter Der siebte Der siebte Der siebte ist es So, waren zwölf, beide Stangen müssen unten durchgespielt werden Ja, ist aber einer der einfachen, würde ich sagen Oh, ja, der geht durch beide direkt Der geht durch beide direkt Der ist super, Timo zwei, trage ich schon mal ein Ja, zack Auch beide mit einem Oh Oh, der rollt, der rollt Der Der muss durch beide durch übrigens, ne Ja Stark Tolga zwei Du bist so hässlich Du bist so hässlich Mann, Mann, warum geht's so ehrlich mal in die Hose, ey, Karma Also, wir müssen jetzt da durchs Ring Dann da hinten unten Wieder durch so ein Tor Und dann ist da ein Zaun davor quasi außen rum Oder vielleicht ein Chip halt drüber, zack Timo fängt an Hier war eine Gruppe vor uns, die ist mies gescheitert an dem Runden hier Timo mit dem ersten Ja, der ist super Der ist super Der ist super Ja, gleich Kassett Spaß Das ist meine Bahn, Penda Das ist meine Bahn TS 13 Merkt ihr das? Timo mit dem zweiten Boah, der ist durch, ist durch durchgemogelt Timo für drei. Super, der ist super. Ja, ein bisschen mehr rechts, wenn noch ein bisschen mehr angedreht. Für vier. Sitz. Ja, der kommt. Der kommt. Ein bisschen mehr Handdrehen. Einmal runterspielen wahrscheinlich, dann da, dann über die Holz hier, am besten am Baumstamm drüber oder vorbei oder rein. Guck mal direkt an, wie immer. Classic. Bisschen zu locker, oder? Zu locker, zu locker. Zack, der ist super. Timo, muss erstmal rantasten wahrscheinlich, ja. Boah, der ist perfekt. Ja, auf Lock, Mausi und Leon. Ja, das hab ich gehofft. Ja. Genau, an Seite vorbei, Tieter. Ja, okay, locker. Oh, oh. Nee. Ist das geisteskrank, der ist jetzt geisteskrank. Nein, nein. Oh. Oh, schöner. Oh. Bisschen weniger Kraft, der sitzt. Nein, warum machst du den so? Über fünf. Man muss da durch, und wir haben auch gesagt, wir müssen von hier durch, also wenn man da nicht reingeht, müssen wir wieder von Neue schaden. Ein kleines Loch und ein großes Loch und dann da hinten rein, wo die Jungs da hinten stehen. 'llen. Musik. Im Endeffekt wäre er da aus dem Loch rausgekommen und wir hätten von da dann auch hier reinspielen müssen, aber wir wollten eine Challenge haben, deswegen da durch und dann am Zaun dahinter seht ihr die Fahne. Das sind so elf Meter ungefähr. Auch so leicht anchippen, ist er durch, ne, ist das frech, sauber, ja der sitzt, der muss jetzt einen Zack, Holger zwei, Zack, auf den, um, drei, drei, zwei, kurze Info, eigentlich geht es da los und man muss einfach, ne, da den Ring treffen, aber wir wollen den, also quasi First Shot rein machen, deswegen sind wir ein bisschen näher gegangen, quasi an, ne, sorry, an dieses Ding hier, hier ist genau so ein Unkrautvieh, Fleck und von hier quasi. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, mit dem Ball kann auch jeder. Dann des Rohr muss durchspielt werden, logisch. Da durch und hinten rein. Timo? Der ist super. Oh. Aber er hat links Drill da. Links vorbei, links vorbei. Das kann ich wahrsteigen, Alter. Torger Nummer drei. Oh. Wichtige Meter. Nein. Durchbrüche. Er kommt wieder. Oh. 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 Vorletztes Loch. Ball muss in das Loch auf den Vulkan gespielt werden, also das kracht jetzt, glaub ich, richtig. An der letzten Bahn, Bahn 20, Ball muss durch die Torbahn gespielt werden. Ja. Also ich versteh nicht, warum da ein Zaun ist. Ja, locker. Ja, hier haben wir einen Kandidaten. Hier haben wir einen Kandidaten. ist das ein hund 3 aber mit dusel mit dusel wenn er da reingeht quasi ist der ball auch weg quasi ist das letzte letzte ding ich guck noch nicht hin zwei muss einfach hochschieben 23 schnüppeln machbar hier aber nicht diese schnüppeln 6 aus die maus wir sind jetzt fertig ja pender blendet euch hoffentlich noch mal die ergebnisse ein aber ich glaube ich habe eine vermutung wer gewonnen hat deswegen die sommer an mich kurz geht raus für die challenge dankeschön war sehr geil und natürlich dann auch holger der war ja so semi und timo muss man ja nicht reden sehen wir hier sieht man ja hier sieht man wer die techniker so auf denen das einzige problem ist bei mir die ausdauer wissen wir ja eine pfeife vielleicht am tag weniger dann läuft das so